Die Küchenmaschine aus dem Hause Top Chef. Könnte sich das Multifunktions-Küchengerät für dich lohnen oder nicht? Das möchte ich in diesem Video sehr gerne besprechen. Ja, so eine Küchenmaschine, die viele Funktionen erfüllt, ist besonders praktisch und platzsparend. Weil du könntest dir diese ganzen Funktionen, die dieses Gerät erfüllt, auch in einzelnen Geräten kaufen. Oder du hast halt einfach diese Multifunktions-Küchenmaschine aus dem Hause Top Chef, die dir Platz spart und wirklich erstaunlich viel Räumen für den günstigen Preis kann. Und das ist auch der größte Vorteil, den ich dir sehe. Achso, das Amazon-Angebot zur Küchenmaschine von Top Chef verlinke ich dir auch unten in der Videobeschreibung. Bei Interesse gerne mal anschauen und genau. Der Preis ist wirklich der größte Vorteil, wie ich finde, für eine so multifunktionale Küchenmaschine braucht sich das Angebot definitiv nicht zu verstecken. Klar, ob es jetzt für dich das passende Exemplar ist, das sollst du freilich selber beurteilen. Wir können uns gerne ein paar Eigenschaften hier auch noch genauer anschauen. Professionelle Küchenmaschine, 1100 Watt, leistungsstarker Motor. Auch das ist zu dem Preis wirklich ordentlich. Drei Geschwindigkeitsstufen, das ist auch cool. Eine Vielzahl von Lebensmitteln kann hiermit verarbeitet werden. Perfekt zum Hacken, Mischen, Fein oder Ausgiebig Schneiden, Entsaften, Schleifen, Reiben, Verquirlen. Mit der Knetmaschine können Sie sogar Teig machen. Es kann als Gemüse, Schneider, Mixer, Zerhacker, Multimixer, Fleischwolf, Kaffeemühle, Entsafter und noch einiges mehr verwendet werden. Ja, finde ich richtig, richtig cool. Sicheres und leicht zu reinigendes Küchengerät. Hochleistungskonstruktionen mit Sicherheitsverschluss, Deckel und rutschfesten Füßen für sicheren Betrieb. Abnehmbare Schüssel, Mixerblatt und spülmaschinenfeste Teile vereinfachen die Reinigung und sparen Zeit beim Abwaschen. Ja, diese und weitere Produktinformationen und Eigenschaften kannst du dir selbst auch nochmal in Ruhe und Frieden auf der Angebotsseite von Amazon durchlesen. Also ich finde diese Multifunktions-Küchenmaschine aus dem Hause Top Chef braucht sich keineswegs zu verstecken, würde ich insgesamt betrachtet als ein faires Angebot bezeichnen. Ob es für dich das passende Exemplar ist, kannst du allein am besten beurteilen. Mach dir dann noch dein eigenes Bild zur Multifunktions-Küchenmaschine von Top Chef. Das Amazon-Angebot verlinke ich dir unten in der Videobeschreibung. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit, ich wünsche dir viel Spaß und Erfolg beim Kochen. Alles Gute, ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.